Herzlich Willkommen zu dieser Geldmeditation. Mein Name ist Marie-Sara und ich begleite dich heute in die Frequenz des Geldes, sodass du von deinem Geburtsrecht Gebrauch machst, deinen Urzustand annimmst und in die finanzielle Freiheit eintauchst und auch dort bleibst. Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist und es dir bequem machen kannst. Lege dich bequem hin und schließe die Augen. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Lasse dabei den Sauerstoff in jede Zelle deines Körpers strömen wie eine sanfte Welle. Nochmal, atme tief ein und wieder aus. Und wieder. Atme mindestens dreimal tief ein und aus. Lass einfach alle Gedanken vorbeiziehen. Du musst sie nicht krampfhaft abstellen. Lass sie einfach wie Wolken vorbeifliegen. Du atmest jetzt bitte nochmal tief ein und aus und siehst vor deinem inneren Auge, wie nicht nur Sauerstoff jede deiner Zellen erfüllt, sondern auch Goldmünzen. Also atme nun tief durch die Nase ein und lass Goldmünzen jede deiner Zellen erfüllen. Und dann atme alle Sorgen durch den Mund wieder aus. Mach das nochmal. Tief ein und ausatmen. Und ein letztes Mal. Atme tief ein und wieder aus. Nun lasse den Atem wieder frei fließen. Kontrolliere ihn nicht mehr. Spüre die Unterlage, auf der du ruhst und die dich trägt. Kannst du sie unter deinem Rücken spüren, unter deinen Beinen, deinem Hinterkopf, an deinen Armen? Spüre nur nochmal kurz in deine beiden Füße hinein, erst in den einen, dann in den anderen. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit kurz zu deinem Kopf. Nun atme noch einmal tief ein und wieder aus. Stelle dir nun vor, wie du an einem wunderschönen Strand spazieren gehst. Links von dir sind wundervolle Palmen, deren grüne Krone einen tollen Kontrast zu dem reinen blauen Himmel gibt. Der Sand unter deinen Füßen ist wunderschön hell, sauber und angenehm warm, um barfuß darüber zu laufen. Rechts von dir ist das unendliche türkisblaue Meer, dessen Wellen sanft an den Strand rollen. Auf einmal fallen um dich herum Geldscheine nieder. Du schaust dich um, während du am Strand läufst und bemerkst, dass es immer mehr und mehr werden. Geldscheine in jeglichem Wert, besonders viele von sehr hohem Wert. Diese bunten Geldscheine sehen richtig toll aus und glitzern leicht in der Sonne. Du schaust nach oben und siehst, wie noch mehr und noch mehr Geldscheine auf dich hinuntersegeln. Strecke deine Arme nach oben in die Luft und freue dich, juble, lache, sage, ich liebe diese Fülle, danke für all das Geld. Du tanzt über den Strand und der Geldregen, der Geldsegen wird immer mehr. Erlaube dem Universum, den Geldhahn noch mehr aufzudrehen und noch mal mehr Geldscheine auf dich herabregnen zu lassen. Was für ein tolles Gefühl. Du fühlst dich so sicher und geborgen und versorgt. Diese Fülle des Meeres, die Fülle der Natur und dann auch noch die Fülle in Form von Geld. Von diesem Moment an hast du damit aufgehört, dir negative Geschichten über dich selbst und über Geld zu erzählen. Du weißt, dass dies alles Lügen waren und bist so froh, dich nun wieder an die Wahrheit erinnert zu haben. Die Wahrheit ist, dass dein natürlicher Urzustand Fülle ist. In jeglicher Form. Auch in der Form des Geldes. Die Wahrheit ist, dass du nur das Beste verdienst, dass du wertvoll bist und dass auch deine Wünsche sich leicht erfüllen. Die Wahrheit ist, dass alles, was du machst, von Erfolg gekrönt ist und dass du glücklich bist. Dein Leben ist einfach und weißt du was? Das darf es sein. Während du nun weiterläufst und das Geld in riesigen, unermesslichen Mengen sanft auf dich herabfällt, weißt du, dass es sicher und gut für dich ist, so reich zu sein. Und plötzlich wird der Sand zu Gold, Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Das sieht so wunderschön aus. Der Boden glitzert in der Sonne und dieser Reichtum der Erde strömt durch deine Füße in deinen Körper. Das goldene Licht und die wertvollen Bodenschätze durchströmen deine Beine, deinen Bauch, deine Arm und deinen Kopf. Dein Herz öffnet sich und lässt den Reichtum auch bis zu deinem tiefsten Kern eindringen, in jede einzelne Zelle. Du bist vollkommen sicher, frei, gesund und glücklich. Du spazierst weiter, atmest mal tief durch und schaust wieder nach oben in den Himmel, von wo aus immer noch diese Geldscheine auf dich hinab sinken und schon richtig hohe Berge von Geld auf dem Boden angehäuft haben. Du nimmst mit beiden Armen mal ganz viel Geldscheine auf und schmeißt sie glücklich und lachend nach oben in die Luft und sie segeln um dich herum wieder runter. Ach, diese Fülle ist so wundervoll. Geh nun zum Meer, das auf einmal auch aus diesen bunten, wertvollen Geldscheinen besteht. Trilliarden an Geld und noch mehr füllen in den Ozean. Stürze dich in dieses wunderbare Geldmeer und schwimme im Geld. Wie diese berühmte weiße Ente, du weißt schon. Du kraulst durch diesen Reichtum, durch deinen Reichtum. Ja, genau. Das ist dein Reichtum. Jeder, auch du, darf so reich sein. Du übernimmst nun Verantwortung für deine Finanzen und erlaubst dir, sofort in die Realität zu wechseln, in der du finanziell frei bist und geldmagisch und magnetisch manifestierst. Schwimme noch ein wenig weiter im Geld. Das macht so viel Spaß und ist so angenehm. Werde eins mit dem Ozean des Geldes. Du bist das Geld. Liebe das Geld und sei freundlich zu Geld. Es ist schließlich dein Freund. Genieße diese Fülle, die totale Unendlichkeit. Atme mal tief ein und wieder aus. Und dann streckst du mal im Hier und Jetzt deine Arme und Beine vorsichtig. Bewege dich ein bisschen. Komm so langsam zurück. Atme tief aus und wieder ein und wieder aus und wieder ein und ein und aus. Versuche dich wieder auf das Hier und Jetzt einzustellen. Stecke dir noch die teuersten Geldscheine, die da so um dich herum sind, in deine Hosentasche. Mach die richtig voll die Taschen und auch stecke sie in deinen Rucksack, den du noch hier am Strand hast. Ein riesiger Rucksack. Mach den voll, stopf ihn richtig voll mit Geld bis oben hin, bis da noch ein paar Geldscheine rausgucken. Und wenn du das gemacht hast und alles voll ist, dann öffne langsam deine Augen und komm tatsächlich zurück ins Hier und Jetzt. Herzlich willkommen in deiner neuen Realität. Du bist finanziell frei und kannst jederzeit an deinen Ozean des Geldes zurückkehren und dir mehr Geld holen. Das ist ja sowas von einfach und toll. Alles, was nicht erlaubt, dass du finanziell frei bist, zerstörst und umkrierst du das jetzt? Warum bist du jetzt finanziell frei und zeigt sich Geld in großen Mengen ständig in deinem Leben? Alles, was nicht erlaubt, dass dies sich zeigt, zerstörst und umkrierst du das jetzt? Und atmen. Ganz entspannt weiter atmen. Ich hoffe, dir hat diese Meditation gefallen und vor allem hoffe ich, dass sie dir ein gutes Gefühl gegeben hat. Du verdienst das Beste. Ich hoffe, du weißt das, dass du wertvoll bist und das Beste verdienst. Stehe nun langsam auf, achte auf deinen Kreislauf, trinke erstmal ein großes Glas Wasser und dann geh durch deinen Tag in der Gewissheit, dass du nur noch Füllebewusstsein akzeptierst. Es ist das Einzige, die einzige Realität. Du entscheidest dich jetzt für die Realität, für dein Ich, wo du finanziell frei bist. Like gerne das Video und schenke mir ein Abo, das würde mich wirklich sehr freuen. Ich wünsche dir alles Gute, nur das Beste, erwarte Wunder und bis zum nächsten Mal.